Hallo und herzlich willkommen bei HotStockFlow, mein Name ist Daniel. Auch diese Woche möchte ich euch wieder drei Ultra-HotStocks vorstellen, die vor allem in Amerika extremst gehypt werden, die teilweise spektakuläre Kursverläufe schon hinter sich haben und vor allem eben auch dort in den sozialen Medien weiter extrem gepusht werden. Ich werde sie euch natürlich genau vorstellen, auch mal einen Blick auf die Zahlen etwas werfen und auch auf das Geschäftsmodell. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Als erstes ein Unternehmen, welches auch hier bei uns immer so bekannter wird, also ich stoße immer wieder häufiger mal drauf, ist Landing Club. Ein Unternehmen, welches aktuell eine Marktkapitalisierung von 4,4 Milliarden Dollar hat und sie sind im Bereich der Kredite tätig. Sie werden ja auch immer wieder mal zuletzt in einem Atemzug beispielsweise mit Sophie oder Upstart genannt. Natürlich hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Bereich, in den er reingeht, aber so dieses Kreditthema ist natürlich unheimlich groß, vor allem auch in den USA. Hier seht ihr mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Oben kann man eben so seine persönliche Kreditanfrage stellen, also wie viel man möchte und natürlich eben auch immer wichtig bei sowas, für was das Ganze dann eben sein soll. Und das Ganze kann man wirklich in wenigen Minuten dann abschließen, beziehungsweise die KI dahinter checkt es dann einfach, ob man dann hier einen Kredit dann beispielsweise bekommt, wie dann hier die Raten auch sein werden. Also gerade in der Mitte sieht man das dann auch. Also man bekommt hier dann eben verschiedene Angebote, je nachdem, wie hoch die Raten sein sollen, über wie viele Monate man es machen möchte, um dann hier natürlich eben dann beispielsweise die bestmögliche Rate anzusehen, also wo man die wenigsten Kosten hat oder dann eben, wo es dann auch mit am schnellsten gehen soll, also wo man eben hier die niedrigsten Raten dann an sich dann hat, wo man dann aber natürlich dann beispielsweise höhere Kosten dann hat, wie wenn man eben mehr im Monat bezahlt. Das ist natürlich ein Bereich, der unheimlich am Boom ist, schon immer war und vermutlich auch immer sein wird, denn die Leute, ja, sie stehen eben auf Kredite. Natürlich gibt es einige Sachen, wo es sinnvoll ist, gerade so für ein Studium oder manche dann auch für ein Auto beispielsweise. Für Konsum kann ich es beispielsweise persönlich gar nicht nachvollziehen. Ein Auto ist für mich eben hier immer noch ein Gebrauchsgegenstand. Natürlich nicht, wenn ich mir jetzt ein Lamborghini dann beispielsweise hole, um damit zur Arbeit zu fahren, das natürlich nicht. Aber wenn ich auf dem Land wohne, bin ich häufig einfach auf ein Auto angewiesen. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur meinen Kredit nehme, um meinen nächsten Urlaub finanzieren zu können, dafür sowas kann ich es dann beispielsweise nicht nachvollziehen. Ich finde den ganzen Sektor unheimlich spannend auf jeden Fall. Natürlich gibt es hier auch viel Konkurrenz, was man mitbedenken soll. Hier sehen wir mal so, wie es aktuell ist. Also es ist in einem Jahr um knapp 700 Prozent gestiegen, also wirklich spektakulär, Kursumsatzverhältnis liegt aktuell bei 7,9. Also das ist wirklich immer noch nicht so wahnsinnig hoch zum aktuellen Zeitpunkt. Zuletzt laufen die Geschäfte wirklich wieder richtig gut. Corona war natürlich ein herber Dämpfer, wie man auch hier sieht. Da gab es mal einen ordentlichen Umsatzrückgang zum Vorjahr. Aber man hat sich schon wieder sehr gut erholt. Das Jahr 2021 wird über dem von vor Corona dann abgeschlossen. Und dann sollen die starken Wachstumsraten nach wie vor weitergehen. Im letzten Quartal hat man beispielsweise 20 Prozent zum Vorquartal zugelegt. Also wirklich richtig gut. Was ich auch sehr spannend an diesem Geschäftsmodell finde, dass es sehr margenträchtig und sehr margenstark ist. Also diese Unternehmen verdienen teilweise wirklich sehr schnell an auch schon sehr viel Geld. Und das ist natürlich immer eine gute Sache, auch für Aktionäre. Oder wenn es dann eben auch mal zu großen Krisen kommt, wenn die Unternehmen dann eben wirklich hier nicht horrende Verluste schreiben. Deswegen bin ich da auch gerne in diesem Sektor unterwegs. Auch Upstar dann beispielsweise finde ich sehr spannend in diesem Sektor. Da diese eben auch schon seit vielen Jahren, also wirklich sehr schnell, kurze Zeit nachdem sie eben schon gegründet wurden, da eben schon grüne Zahlen geschrieben haben. Das ist einer der großen Vorteile dieser Plattform. Weshalb ich persönlich da in diesem Sektor vor allem sehr bullisch bin. Natürlich ist jetzt schon einiges mit drin im Kurs. Aber wenn sie die Wachstumsraten so halten können und ich bin von diesem Sektor einfach übersorgt, glaube ich, dass hier noch sehr vieles möglich sein kann in den nächsten Jahren. Bevor wir uns die anderen beiden anschauen, noch kurz was in eigener Sache. Wenn euch unsere Videos gefallen, werden wir uns natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Damit unterstützt ihr uns nicht nur ungemein, sondern ihr verpasst dann auch keine neuen Videos und Analysen mehr. Vor allem, wenn ihr auch die Glocke dann dazu aktiviert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das zweite Unternehmen ist Anavex, ein Unternehmen aus dem Bereich Pharma, Biotechnologie. Sie haben eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Dollar und sie sind ebenfalls in einem sehr spannenden Sektor tätig, denn sie sind in der Phase 3 Studie für ein Medikament gegen Alzheimer. Außerdem auch im Parkinson-Bereich sind sie hier tätig. Also das sind natürlich zwei hoch spannende Sektoren, die natürlich einen riesigen Markt als Ziel dann haben, beziehungsweise ansprechen. Aber dazu muss natürlich gesagt sein, das ist ein Unternehmen, welches noch keine Umsätze erwirtschaftet. Also da ist 1,7 natürlich schon sportlich, aber es ist dann eben auch wie bei anderen Pharmaunternehmen. Sollte dieses Medikament tatsächlich seine Zulassung bekommen und wirksam sein, dann ist natürlich 1,7 Milliarden wirklich ein Witz von der Bewertung. Aber sollte das eben nicht der Fall sein, kann diese Aktie komplett ins Bodenlose abstürzen, beziehungsweise das Unternehmen kann dann auch komplett verschwinden. Sollte eben dieses Medikament dann hier keine Zulassung bekommen oder eben eine Folge von Medikamenten, die sie rausbringen möchten, dann kann hier eben auch mal ganz schnell der Ofen dann aus sein bei diesen Firmen. Das ist für mich persönlich eben als kein Invest-Case, weil ich es hier eben absolut nicht einschätzen kann. Natürlich könnte es sein, dass zugelassen wird, es könnte aber genauso gut nicht sein und es kann meines Erachtens noch kein privater Investor sauber recherchieren, wie gut da die Chancen dann einfach stehen. Wir sehen es, in den letzten Monaten ist die Aktie wirklich stark gelaufen, ein enormer Hype, immer wieder mal große Kursgewinne, die in kurzer Zeit hier erzielt werden können. Auch auf lange Sicht hier ging es eigentlich nur nach oben und Analysten erwarten hier tatsächlich erst im Jahr 2023 mit nennenswerten Umsätzen. Daher, NFX ist für mich zurzeit wirklich so ein bisschen so ein Pump-and-Dump-Titel, wo ich persönlich sehr vorsichtig wäre, eben aus den genannten Gründen, aber natürlich für ein hoch spekulatives Invest mit ein bisschen Spielgeld kann man es sich gerne mal anschauen, aber man muss hier auf jeden Fall dann auch mit einem Totalausfall rechnen. Dem muss man sich natürlich klar sein gegenüber. Und das dritte Unternehmen, eins, welches wahrscheinlich auch hier schon ein bisschen bekannter ist, ist es nämlich Affirm, ein Unternehmen, welches im Bereich der Fintechs zu Hause ist. Sie haben schon auch eine ordentliche Marktkapitalisierung mit 42 Milliarden US-Dollar und auch sie sind in einem ähnlichen Bereich tätig, wie eben diese anderen Unternehmen wie Landing Club beispielsweise oder Sophie. Also nur, dass es eben in eine andere Richtung geht. Hier kann man dann beispielsweise seine Rechnungen mit der App bezahlen und sie dann aufsplitten in mehrere Etappen dann. Also das heißt dann eben nicht, dass man hier jetzt dann beispielsweise einen Kredit dann dafür nimmt, sondern eben dann was kauft. Ohne eine Aufgebühr kann man dann, wie hier jetzt oben rechts dann beispielsweise sehen könnt, die Kopfhörer, die eigentlich 220 Dollar kosten, in vier Monatsraten a 55 Dollar bezahlen. Sie arbeiten mit vielen namhaften Unternehmen zusammen. Das ist ihre große, große Stärke. Sie werben eben selber damit, dass sie eben keine Gebühren für sowas verlangen. Das kann es natürlich für viele sehr attraktiv dann machen, dass man hier eben nicht beispielsweise einen teuren Kredit nehmen muss, der einen dann quasi immer mehrere Prozent Aufschlag dann kostet, sondern es hier dann eben kostenfrei über Affirm dann abwickeln kann, um sich dann diese Sachen trotzdem zu gönnen. Und sie möchten das eben so einfach wie möglich machen, ohne bösen Überraschungen, keine monatlichen Gebühren, und keine Überzugs-, also Overdraft-Gebühren, wie ihr es da sehen könnt, oder auch das Sign-Up, also das Anmelden kostet ebenfalls nichts. Also da möchte man dem Kunden wirklich sehr weit entgegenkommen. Es ist ein wirkliches Erfolgsmodell in den letzten Jahren hier gewesen, vor allem wenn wir uns auch mal hier so die Ergebnisentwicklung anschauen, wirklich sehr stark. Also im letzten halben Jahr über 200 Prozent zugelegt, die Aktie wirklich enorm stark, aber entsprechend ist die Bewertung auch schon sehr hoch. Kursumsatzverhältnis knapp bei 42. Im letzten Quartal hatten sie ein Umsatzwachstum von 55 Prozent. Unten rechts sehen wir dann auch, was so in den nächsten Jahren erwartet wird, also vom Jahr 2022 bis 2024 rechnet man nochmal mit einer Umsatzverdopplung, aber was sie eben diesen anderen Unternehmen im Kreditbereich dann eben nicht nachahmen, sind die starken Margen, denn man rechnet hier noch sehr lange mit einem hohen Minus und deswegen wäre für mich Affirm persönlich eher uninteressant auf die nächsten Jahre gesehen, weil man da einfach dann auch nicht weiß, wann wird das Ganze mal hochprofitabel, wie kann das hochprofitabel skalieren, nur mit den Partnerschaften dann. Da finde ich eben so diesen Bereich der Kredite deutlich attraktiver, auch eben von der Ergebnisentwicklung erwarten die Analysten wirklich sehr viel mehr. Außerdem finde ich auch ein Kursumsatzverhältnis von 42 dann mit dem Wachstum. Ja, wenn man sich so die Kreditunternehmen anschaut, die haben teilweise sehr viel höhere Wachstumsraten, sind auch was das angeht sehr viel günstiger bewertet. Also da finde ich jetzt Affirm nicht so ganz attraktiv, aber in Amerika wird es ein unheimlich gepushtes Unternehmen. Ihr seht es auch, Kursverlauf spricht für sich in den letzten Monaten. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie es hier dann so weitergeht. Das waren nun wieder drei gehypte Stocks aus Amerika, die dort die sozialen Medien rauf und runter gehen. Nun würde mich natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Kennt ihr die Unternehmen schon? Habt ihr sie auf der Watchlist oder vielleicht sogar das ein oder andere im Depot? Schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.